Wir sind eine Schülerfirma aus Kaltenkirchen. Kaltenkirchen liegt in der Nähe von der schönsten Stadt der Welt, Hamburg. Doch leider hat Hamburg mehr als 2000 Obdachlose. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, was zu ändern. Wir haben ein Produkt entwickelt, den Kulturwürfel. Der beinhaltet eine interaktive Route, mit der wir genau auf diese sozialen Probleme aufmerksam machen. In dem Kulturwürfel ist unsere Route, selbstverständlich unsere Challenges und unsere Tu-was-gutes-Karten, sowie unser QR-Code und ein kleines Souvenir. In der Praxis läuft es so ab, dass wenn man den Kulturwürfel käuflich erwerbt, dass man den mitnimmt auf seine Route und dann praktisch bei den einzelnen Partnerunternehmen vorzeigt. Nehmen wir das Beispiel Elbphair. Beim Kauf eines Heißgetränkes ein Stück Brownie zum Beispiel gratis dazu bekommt. Und dann haben wir noch die Tu-was-gutes-Challenge. Das kann man sich so vorstellen wie zum Beispiel, geh zu einem Food-Sharing-Truck und spende den Rest deines Essens. Unser größter Erfolg war, dass wir ca. 1100 Euro an das Kinderhaus mit Sternblatt spenden konnten.